Schaffst du es, diese 6 Rätsel zu lösen? Los geht's! Rätsel Nummer 1 Ein japanisches Schiff ist auf See. Der Kapitän legt seine teure Uhr auf den Tisch und geht ins Bad. Als er zurückkommt, ist die Uhr verschwunden. Er ruft alle Verdächtigen zu sich. Der Koch sagt, er hätte gerade das Frühstück vorbereitet. Der Ingenieur sagt, er hätte gerade den Generator repariert. Der Matrose sagt, er wäre damit beschäftigt gewesen, die Flagge umzudrehen, da diese falsch herum war und der Offizier sagt, er hätte geschlafen. Als der Kapitän sich alle Antworten angehört hat, weiß er sofort, wer es war. Wer war es und wie hat es der Kapitän herausgefunden? Die Antwort? Es war der Matrose. Die japanische Flagge sieht auf dem Kopf genau gleich aus, wie wenn sie richtig herumgedreht ist. Rätsel Nummer 2 Eine Frau sitzt in einem Café und bestellt sich einen Tee. Doch als sie ihren Tee genauer anschaut, bemerkt sie eine Fliege darin. Der Kellner kommt sofort, nimmt die Tasse mit und bringt ihr kurz darauf einen neuen Tee. Doch nach wenigen Sekunden schreit die Frau den Kellner an und behauptet, es wäre der gleiche Tee wie davor. Wieso weiß sie das? Die Antwort? Sie weiß es, da sie in ihren Tee schon Zucker getan hatte. Und Rätsel Nummer 3 Peters Onkel ist Wissenschaftler. Er erfindet zwei Pillen, eine rote und eine blaue. Diese führen dazu, dass, wenn man sie zusammennimmt, man übernatürliche Kräfte bekommt. Nimmt man aber mehr als nur eine von jeder Farbe, führt dies zum Tod. Nun gibt er Peter von jeder Pille zwei, falls er eine verlieren sollte. Peter steckt sie in seine Tasche und macht sich auf den Weg nach Hause. Auf dem Heimweg wird Peter jedoch gekidnappt und in einen dunklen Raum gesperrt. Die Pillen könnten ihn retten. Doch als er sie aus seiner Tasche nimmt, fällt ihm auf, dass er ja nicht weiß, welche Pille welche Farbe hat und es auch viel zu dunkel in dem Raum ist, um irgendetwas sehen zu können. Also, wie schafft er es jetzt, eine blaue und eine rote Pille zu nehmen und nicht zu sterben? Tja, die Antwort ist ganz einfach. Und zwar teilt er einfach jede Pille einmal in zwei Teile und schluckt je eine Hälfte. Weiter mit dem Rätsel Nummer 4 Ein Mann kommt in eine Bar und bestellt beim Barkeeper ein Glas Wasser. Sofort holt der Barkeeper eine Pistole raus und richtet sie auf den Mann. Jedoch nicht mit der Absicht zu schießen. Wieso tut der Barkeeper das? Die Antwort, der Mann hat Schluck auf und der Barkeeper wollte ihn nur erschrecken, um ihn davon zu erlösen. Rätsel Nummer 5 Zwei Mädchen werden von der gleichen Mutter am gleichen Tag, im gleichen Jahr und zum gleichen Zeitpunkt zur Welt gebracht. Trotzdem sind sie keine Zwillinge. Wie ist das möglich? Die Antwort, die Mutter hat Drillinge zur Welt gebracht. Und damit wären wir bei dem letzten Rätsel für heute. Nummer 6 Ein Mann wohnt im zehnten Stockwerk einer Wohnung. Wenn er abends von der Arbeit nach Hause kommt und alleine im Aufzug ist, fährt er bis ins siebte Stockwerk und läuft die restlichen drei Stockwerke Treppen, obwohl er Treppen hasst. Wenn er nicht alleine ist, fährt er bis in den zehnten Stock und wenn es regnet, fährt er auch bis in den zehnten Stock mit dem Aufzug. Wieso läuft er die letzten drei Stockwerke zu Fuß, wenn er alleine im Aufzug ist, obwohl er Treppen hasst? Die Antwort, der Mann ist zu klein, um an den Knopf für das zehnte Stockwerk zu gelangen und schafft es nur bis zum siebten. Wenn er nicht alleine im Aufzug ist, kann er die andere Person bitten, für ihn auf den Knopf zu drücken und wenn es regnet, kann er seinen Regenschirm dafür benutzen. Wenn es euch Spaß gemacht hat und ihr mehr davon sehen wollt, lasst uns einen Daumen nach oben da und wenn ihr Lust habt, teilt das Video mit euren Freunden. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, wir hören uns nächstes Mal wieder. Bleibt gesund, peace out!